Wann sind Sie geboren? Freitag, 31. Dezember 1937. Sie leben zur Zeit mit Ihrer Tochter zusammen, richtig? Ja, in meiner Wohnung. Sehen Sie, die Situation ist ganz einfach. Ich lebe in dieser Wohnung jetzt seit 30 Jahren. Papa, ich bin's! Und meine Tochter ist sehr an ihr interessiert. Nein, Papa, was redest du da? Deshalb ist sie mit diesem neuen Mann eingezogen. Ich will dir helfen. Helfen? Wobei, es ist alles bestens, Anne. Ich weiß nicht, was sie aushält gegen mich. Aber sie führt etwas im Schilde, da bin ich ganz sicher. Hier passieren komische Dinge. Wo ist das Bild? Welches Bild? Glaub mir, hier passieren komische Dinge. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen. Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein. Das geht schon eine ganze Weile so. Ich bin's! Anne? Seltsame Dinge passieren um uns herum. Was soll der Unsinn? Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Oh. Ich brauche keine Hilfe. Wir müssen uns eine andere Lösung einfallen lassen. Hör auf, so zu reden. Und ich werde meine Wohnung nicht verlassen. Ich werde meine Wohnung nicht verlassen! Papa, hast du deine Tabletten genommen? Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Wie lange haben Sie... ...noch vor hier rumzuhängen und... ...das Leben Ihrer Tochter zu ruinieren? Was ist mit mir? Papa! Wer genau bin ich eigentlich? Hallo! positioned in diesem Jake-Ledin! Ich bin ein wilder Zun… Drei jula! Drei, zwei Tap! Drei, zwei Tap! Drei, zwei Tap! Drei, drei!